Ok, das ist auch klar, das ist auch klar. Ok, so was haben wir hier noch. Gucken wir mal, ob irgendwas bei Crystal steht. Crystal Wood Pickaxe, Crystal Tree Leaves, Crystal Apple, Diamond to Crystal Chest Upgrade, ok. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Echt? Da kommt hier auch irgendwas. Oh, Crystal Boy. Kein Crafting Rezept. Für den Rüstung, das können wir ja mal runtergehen und uns die Leute da unten anschnetzeln. Ja, ich würde noch gerne ein bisschen was hier lassen, vorab. Das, was ich nicht so brauche. Denn die Peacock Spawner brauchen wir auch noch, die müssen wir auch noch schlachten. Für eine Peacock Rüstung. Peacock Rüstung. Ist klar. Die Viecher da unten, da unten sind doch so viele. So, wollen wir uns jetzt wirklich einfach nach unten fallen lassen? Ja. Oh, ein doppelten Boden ohne alles. Bin hier unten. Bin auch hier unten, ne? Aua. Du schade ich nicht. Oh, oh, du hast mich fast getötet. Oh, hinter uns, hinter uns. Oh, Feuer und, äh, ich bin gleich tot. Ich bin gemorpht. Hier ist ein Boss. Hier ist ein Boss. Hier ist ein Boss. Tot. Und das waren jetzt ein bisschen viele, ne? Ja. Mach's nochmal Tag. Moment, ich muss mich kurz morphen. Was sind wir denn jetzt hier? Aua. Äh. Ah, ich wurde wieder bei einem Rotator geklappt. Ja, bin ich auch bei einem Rotator. Mantis fliegt ja auch rum, geil. Wie kommt denn der hier her? Äh, halt, falsche Richtung. Ich muss in die Richtung fliegen. Och, komm. Hier läuft ein V rum. Bist du schon wieder tot? Ach, nö, ich doch nicht. So, ich hab mir jetzt bloß gemorpht und flieg. Dann holst du jetzt wieder die Kids ein bisschen auf. Ich bin nicht Platz 1. Was hat mich jetzt getötet? Ein Vortex. Alter. Alter. Ich bin so groß. Vielleicht sieht mich ja wohl nix an. Ich bin so groß. Vielleicht sieht mich ja wohl nix an. Heute ist nicht ganz unser Tag, ne? Ne, heute ist nicht ganz unser Tag. Sterben für Anfänger. Die Dimension sind aber auch crazy. Sterben für Runaways. De, 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 De. So. Wie weit sind sie denn die Todespunkte weg, bitte? Sehr weit. Warum? Warum? Habe ich auf M gedrückt, um die Fikate zu gucken, stützt alles ab jetzt gar nix mehr. Ok. Jetzt gehts wieder. Naja, noch ein bisschen weiter fliegen. Ist doch auch mal schön, sich die Welt so ein bisschen anzugucken. Ja, wenn die dann nicht ganz so kristallig wäre. Die kann man uns aber auch nicht recht machen. Ne, so wirklich nicht. Habe ich hier wirklich einen Wal gefunden? Ich habe eine Greenlight Shuffle und eine Crystal Wood Shuffle gefunden. Tatsache. Ja. Wal und was ist das Kleine? Ne Flunder. Ne Flaunder. Sehr interessant. Tigerseye Boots habe ich. Ok. Hast du denn eine Kiste? Ja, ja. Hallo, nicht nach oben. Nein, nach unten. Peacock Feather Boots. Peacock Feather Boots. Ja, Peacock Rüstung können wir uns auch machen. Ich habe schon zwei Titel. Ok. Ich war wieder so gierig und wollte in eine Kiste gucken. Ja. Das macht man auch nicht. Ja. Du kannst doch auch. Tigerseye Chefsback, Tigerseye Boots und Tigerseye Hand. Tigerseye? The Eye of the Tiger. Heiter. Weitere, Ashton. Nagelise. Ulام Jtalzee. Besma. Diese rotateten Dinger, die nerven echt ein bisschen. An die Küsten kommst du aber auch nicht wirklich ran. komm ich nicht ran weil kommen die ganzen mobs und wollen mich schlachten bin hier schon wieder aufgegangen mein gott so ich fliege dann einmal weiter und weiter und weiter mach das ob man sich hier auch betten machen kann wenn du was scharfe findest siehst du irgendwo war doch ein haken vielleicht droppen die peacocks irgendwas oder vielleicht gibt es ja auch eine wool plant oder so hier cotton dingsbums zeug vielleicht rotators schnell weg das ist ja jetzt ist ja noch ein bisschen todespunkt sehr weit okay dann frage ich gar nicht erst warum dann ein nightmare hinter der herr fliegt ich bin der nightmare ach so stimmt nicht fliegt da ist drach herum kann sich ja in sowas verwandeln habe ich vergessen moment hier ist auch noch acht das war hier bei dem rotator okay oder moment ne nicht marken was hat uns eigentlich noch mal gekillt gerade sind hier unsere spawnpunkte waren wir hier ich sehe keine mehr hat man hier nur ein paar weiß ich nicht aber wir haben da oben noch ist noch ein bisschen aufgedeckte map ich fliege einmal weiter peacock feather chestplate jawohl vielleicht fände ich mir eine peacock ausrüstung das ist gut ich muss erst mal wieder nach hause finden und tiger eye ist schon fertig bei mir eine lederrüstung hmm the ultimate sword ich einfach hier drin rum wo in der kiste so viel glück möchte ich auch mal haben so war hier unser zu hause so ich habe mein peacock outfit fertig das ist besser als das was ich jetzt an habe dieses rosa zeug ich habe das rosa zeug ja gar nicht mehr an weil wir waren ja tot ja weil wir haben weil wir haben ja tot gewesen genau wir haben ja tot gewesen sein täter wir haben ja tot gewesen sein täter finden wir unseren todespunkt nicht mehr ich muss ja auch mal nach hause jetzt hier wenn man wüsste wo das war ja ja genau wenn man wüsste wo das war irgendwie bist du das gefühl ich bin hier völlig falsch du bist ja völlig falsch wo du bist ich glaube ich habe mich verraten ich krieg schaden bezüglich hunger aber das muss doch irgendwo hier gewesen sein mehr haben wir von der karte noch nicht aufgedeckt oh nö nicht schon wieder mantis ist mantis ist ist ein todespunkt ok mhm mhm bist du schon wieder bei uns zuhause oder noch nicht nö muss hier eigentlich sein hier sind die beiden todespunkte kann nicht weit von diesen Punkten sein ah ich habe es echt ja ja das ist ja mantis von mir hast du wahrscheinlich gesprochen ich ziehe mich mal zu dir ja ja fast ne mhm musst du dich aber beeilen ich habe nur ein herz ich bin schon da ein halbes herz gibts gerade oder was und das essen ist noch nicht fertig so wo sind wir jetzt eigentlich gerade gestorben weiß ich nicht ach unten genau da war ja was ach ja genau wir waren ja schon unten oh man so unser essen ist auch noch nicht fertig und unten war ja auch nichts mehr nichts mehr würde ich jetzt nicht sagen aber warte mal da ist doch jetzt was gewachsen Tatsache was denn an diesen einen pflanzen wo ich vorhin gesagt habe ne da wachst doch was aber da muss man warten bis das auf der spitze fertig ist ah ok ob ich daraus wohl essen machen kann oder kann ich das gleich so fressen das weiß ich nicht gib mir gib mir gib mir gib mir oder warte doch das kann man gleich so essen mhm nicht so gut und ne 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 hier ist schon wieder so ein komisches äh äh rotierendes ding das ich mir ans leder will nur wenn es an ist so erstmal hier ein bisschen regenerieren ich sammel dabei immer noch ein bisschen food mach das das ist glaube ich so besser noch ein bisschen auf den auf den spawner her aufpassen ich würde gerne mal so ein peacock hauen ne mach doch wie viel hat denn der 15 ich kann wenig 15 aber was macht mir denn jetzt schon wieder schaden hier was ist denn hier los bleib doch mal da bleib doch mal da hast du mir schaden gemacht nö ich bin oben mhm mhm raw peacock mhm mhm lecker ich habe hier ne fee gefunden machst du platt mach sie alle geht nicht weil ich gemorpht bin oh nein ach nein jetzt aber komm herr fe ich brauche schnell was nachgucken pod